Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Manamana Manamana Neues random Battle gegen den guten alten Timo El Peos Leute, was hast du denn für ein Avatar? Ja, das ist von Geschenk Glimmer Ich habe auch den von Timo Ja, das ist gut, Alter Äh, Karsten Avatar, Timo Es gibt Karsten Avatar zum Beispiel Wow, voll cool Ist schon ganz sick Ja, von euch beiden ist wer? Ich bin schon der Junge, ganz klar Hey, guck mal, der ist dunkel heute Ja, okay, okay, süßig Also, jetzt der Lied hier, der ist gar nicht so kacke Oh, Mann, echt Hey, das ist Meme mehr appreciaten sollen, Timo Okay, ich dachte, weißt du Hey, ja, ich habe doch gesagt, ja, süßig War jetzt nicht so xt, schade Ja, war dann nicht so xt Ich habe ein richtig großes Problem, Timo Ich weiß nicht, was ich da reinwechseln soll Ist doch nur ein Drapion, Alter Nur ein Drapion? Leech Seed? Ay, present Ay, 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 ay Ay, caramba Ay, muchas grandas Ay, muchas grandas Man kennt ihn auf jeden Fall Man kennt ihn Sub, okay Ist auch noch gut Warum ist Sub-Seed Superior so gut gegen Drapion? Kann mir keiner erzählen Ich weiß es nicht Wer hätte gedacht, dass Superior's Matchup gewinnt Aber der gewinnt das Weil du halt nicht Knock-Off in der ersten Runde gedrückt hast Ja, ja, ja Weine Lefties Okay, was mache ich denn jetzt hier? Mal wieder den Timo Alflosion Alter Wie sieht der so sick aus? Ja, der hat hier ein Custom-Model Wie Mega Absol und Galakladi und Garde Ah, den habe ich letztens gesehen Naja Hat irgendjemand doch auch in einem Video drüber gesprochen Ja, der gute Octopaw Genau, Octopaw Hier, sag ich doch Ja, ja Nee Das haben die hier übernommen sogar Nee, das hat er extra für Showdown gemacht Ah, ich dachte, der hat es nur so gemacht Just for fun Nö, ne Krass Also er hat es Ich weiß nicht, ob er es extra für die gemacht hat Aber er hat es halt gemacht Und er hat es halt benutzt Keine Ahnung, wie das genau zustande gekommen ist Ja, crazy So, Regirockerus Regirockerus Maximus Jetzt auf, wir haben wirklich beide das Gleiche Das kannst du ja nicht sagen Ja, aber es ist cool Oh, Double Aid Alter, du hast gegen jedes Mal Meine Pokémon Du hast einfach die perfekte Antwort Einfach Hard-Counter schlechthin Das gibt es nicht Oh, ich sehe gerade, mein Drapion hatte einen Fokus-Sash Machen wir mal den Fokus-Sash Der hat sich aber gelohnt, der Fokus-Sash Der hat sich auf jeden Fall gelohnt Ja, diese Chip, den gönnt man sich auf jeden Fall Nimm mal mit, ne Nimm mal mit Richtig, richtig So Maximus Hippotarus Okay, den nehme ich Den nehme ich Ja, du nimmst halt schon Entschuldigung, kann ich mich halt hochheilen Äh, wie hochheilen? Äh, wie hochheilen? Was meinst du gerade mit hochheilen? Das war ja nur ein Spaß-Bild Ich war gerade Ich war gerade sehr verführt Weil das war jetzt nicht so nix, ne Muss ich leider so sagen Ich kenne nämlich das Piondragi-Move-Set Beziehungsweise etwas, der kann das Der hatte keinen Gift-Move, Alter Das ist natürlich sad Das ist echt sad Da war er doch nicht so krass gegen das P-Royal Nicht so Victory Bell Ja, aber Victory Bell Oh Kraftreserve Feuer Eine sehr effektive Attacke So ein Typ Feuer Ach wirklich Danke für die Information SD-Present Eieieiei Ja, weißt du Oh, das ist der Roll Das ist der Roll Resto Resto-Cesto Noch blöder Noch blöder Ach Du Doofgott Richtig, aber Ja, ist okay Tangolos Kein, doch der hat Regenerator Doch, das ist gut Äh, ja doch der hat Regenerator So, was machen wir jetzt hier gegen Timo Elpeos Maximus Da geht's wohl nur mit Oh, Leute Ich vernehm es Jetzt, ja Frechdachs, du Du Frechdachs Du alter Frechdachs Das kann er entschieben Wecker Recover Recover Oh 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 Ja, wenn man Leafsom ist Ist das natürlich ein bisschen blöd Das ist echt blöd Das ist natürlich sehr blöd Aber Chaimeko gewinnt jetzt Timo Okay Chaimeko gewinnt jetzt, Leute Auf geht's, ab geht's, Leute Chaimeko Der gönnt sich jetzt den Sieg Boah, warum macht das so viel? Okay, das ist ne Roll Das ist ne Roll Die Richtig Das ist ne Roll Das ist easy To hit KO Alter, Chaimeko Oh, ich sag's doch Sehr, sehr ungünstig Ich sag's, der gewinnt War eigentlich nur mein Plan Ich wollte deinen Darktype backhauen Dann kommt Chaimeko Und gewinnt, Alter Von Anfang an Mein Plan, Timo, ey, P Na gut Weißt du, Zero Horror Ich wär jetzt greedy Und würde aufs Zeichen gehen Aber es killt halt nicht Und du machst sehr viel Schaden gegen mich Deswegen müssen wir wohl Leider rauswechseln Plasma-Folster Der mächtige Attacke vom Typ Gestein Was? Plasma-Folster Vom Typ Gestein Man kennt ihn Man kennt ihn nicht Ja, würde ich sagen Können wir jetzt mal wieder Typhlosion Was ist jetzt ein Switch Und Regenhock Ist ja weg, ne? Shit, stimmt Das ist natürlich jetzt Ein kleines Problem Alter, das war ein Crit Hättest du mich Man kennt ihn Aber wieso Kehlt das nicht? Weil ich ey, wie bin Richtig scheiße, dass du jetzt Gecrittet hast Das war richtig unnötig Hättest du nicht gecrittet Würde die Eruption Jetzt hier nicht killen Ja, das weißt du jetzt nicht The President Nein Die hätte safe nicht gekillt Ja, weißt du Po-Man ist im Spiel Och, come on Ja, ich hab verloren Mit Gewinnern und Verlierern Heute bin ich Ja, ja Ich hab komplett verloren Alles von mir Wird jetzt von Eruption gekillt Ja, ich hätte halt auch Rauswechseln können Einfach Feuersturm Mich locken können So ist es nicht, ne? Ja, trotzdem So ist es nicht, Timo, ey, P Ich glaub, wir staken Sogar selber real Okay, danke, dass du mir Den Win gibst Oh, möglicherweise Verliere ich jetzt Ja, Eruption Hätte dich halt Auf Dinge ins Knoge hauen Ja, wäre schon Ich weiß nicht Ich weiß auch nicht Ich weiß nicht, ob das Der Play ist Gehen auf die Egesamen Das ist okay Für den Chip Ich weiß halt nicht Weil kraftloser Feuer Hat nicht viel Schaden gemacht Weil ich kann sagen Ich hab die kraftloser Feuer Im Set Aber auf plus 1 Hat das schon nicht viel gemacht 1, 2, 1, 2, plus 2 Ja, das macht halt nichts Nothing, Timo Nothing Der Crit, Mann Der war so dumm Also jetzt komm, überlebt Als ob du beide auf Quiradance gehst Na klar Da ist jemand Bisschen Ich hab nur Ich hab nur Resistete Moves Gegenteil Flauschen Oh, ja gut Deswegen muss ich das machen Ah, überleben das Special attack drop Komm schon Ah, warte Ich hab ja Übelst hochgebustet Ja Ist schon ein bisschen Unlucky gerade Das ist schon ein bisschen Unlucky gerade Wichtig, wichtig Okay, 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 okay So, du musst jetzt was überleben Pulgan Was denn? Sagst du, der überlebt, oder? Auf plus 4 Spezialangrip Der überlebt schon So, komm Try attack Let's go Aha, krisch Try attack hätte wahrscheinlich Nicht mal gekillt Ich hätte möglicherweise früher In Typhlosion gehen So, vielleicht hab ich das Ein bisschen unterschätzt So, ein bisschen gechokt Und ich dachte Sylvester hat auch nicht so Greed Also, was ist so greedig? Ich musste das machen Ich hatte ja nur Bugpass und Blast Ich hab nur Ich hab nur Roost im Set Ich kann nicht beruhigen Ich hätte noch Gegen alles gewonnen Ja Schade, schade Schade, schade Aber der Win war verdient Ja, war jetzt Nicht so gut gespielt von mir Ja, war auch Deckard gegen Zerara Ich dachte so, geil, Alter Ich hab noch AV Zerara in the bag Der ist richtig gut gegen dich Der war auch richtig gut gegen dich Aber Dann halt doch nicht Ab und zu Muss man das auch mal Einsehen Ja, ich weiß nicht Was man einsehen muss Ähm Ja, das ist ein nicer Lied Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ein Punkt Really viel Spaß, oder? Crazy Team Bist du Y oder X? Sag mal Ich bin Glurak Okay Achso, danke Bitte Aber Y oder X Kannst du jetzt schon mal raushauen Mir kann ich dir nicht sagen Na gut Dann gehen wir mal Ultras Ultras Ich hätte sogar drinbleiben können Hä Ja, wegen Pyrophil und so Aber er hätte es ja trotzdem nicht genügend Schaden gemacht Was willst du machen? Abschlag drüben oder wie? Äh Was willst du tun? Tun Oh, Leute Ich hab Oh, Leute Ich hab jetzt aus meinem Team gesehen Alter, mein Team ist insane Und Der ist interessant Aber mein Team ist richtig insane Hallo Suikun Mein Team ist auch insane Also es wird interessant Ja Suikun, ne? Der 7u Der Böllert rein Der Böllert richtig rein Ei Der Böllert ein bisschen hart rein Der Böllert sehr rein Aber der nächste sollte nicht killen Das ist die Sache Ich kann doch nicht für Harry killen gehen Weil die Sonne draußen ist Ich traf den niemals, Alter Niemals treff ich den Let's go So eine Scheiße, Alter So ein Scheißspiel Oh, ja Krittisch Krittisch Aber du hast mich auch noch gecrittet Ja, moin, man Ja, ist halt trotzdem Jetzt Das ist schon wieder Scheiße Alles hier Ja, wieder Feuersturm Ja Okay, verstehen Ja, ist alles Scheiße Okay Die Sonne ist halt jetzt wieder vorbei Das heißt, die Wasser ist auch wieder ein bisschen stärker Oh, der hat doch mal Reiku an, Mann Weißt du Das ist ja jetzt schon Da hat er ein bisschen reingescamped, der Junge Oh, so Gönnen wir uns mal Reiki's Deal Uh, auch ein Gedankenzeiter Zopf Ja, aber ist okay Ham Ist okay Bitte triff, bitte triff, bitte triff Miss nicht Okay, alles gut Weißt du, das nicht immer alles verdienen Nur weil du das so sagst, weißt du Doch, eigentlich schon Ich habe das überlegt Okay, okay, okay Okay, Deoxys Defense sollte schon ein bisschen was tanken, ne Was für ein Set haben wir denn hier Save Rocks Rocks Schmock, sage ich da immer Ich glaube, wir machen den Move hier Oh, wow Ja, gut, der ist wahrscheinlich mega, ne Ja, der ist mega Wichtig, wichtig Unjustified Oh Oh Nehme ich Nehme ich Leg doch mal deine Rocks Kritische Geschichte hier gerade Kritische Geschichte Leg mal deine Rocks Ja, natürlich lege ich meine Rocks Wie viel Speed hat der denn Schmocks So hast du auch mal Dark of Death gespielt Wie viel Speed hatten der in der 115 in it 115, oh gut Also Base in it halt Gut Dann auffahren wir mal in Registil Na, SD Das ist sogar Ja, der hat auch so ein geiles Design jetzt, ne Das stimmt Oh, wir haben ein kleines Problem Sweep der mich vielleicht durch Wer einen Tiefschlag hat Das könnte ein Problem sein Ein sehr großes Problem Weil er bitte hat keinen Tiefschlag im Set Ah, die Oh, was machen wir Der ist scherz Mein gesamtes Team Ja, dann brauche ich doch gar keinen Tiefschlag Ja, das ist so die Sache Wenn ich dann, oh Der kann Verrückte Sachen Ich bin schneller als der Der könnte Fake Out und Dings haben Können es jetzt halt immer Fake Out drücken und raus wechseln Ja, jetzt Timo Sowas könnte ich nicht machen Will Punch Nee, ich kann nicht Ah, ich habe keinen Fake Out Ich war Banned Bullet Punch Ich verliere dagegen Der hat echt viel Schaden gemacht Das fange ich So viel Schaden 30% Ah, ich glaube Nicht mal das so 100% Ich weiß nicht Ich habe verloren Ich glaube, du hast noch ein Pokémon Dass du das machen kannst Nee, das ist richtig bad Ich glaube, Glurak kriege ich nicht gekillt Doch, das killst du Sagst du, dass Knock Off killt Ich sehe, also ich habe Ich weiß nicht, ob Dragon Pulse killt Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich auf Dragon Pulse Ich muss leider nicht auf Fire Blast gehen Ich glaube, Dragon Pulse killt nicht Okay, es killt Ja, es killt Es ist mega absurd Es ist halt Stab Trotzdem Ja, schau dir den an Alter, Morphim, Alter Ist schon krass Ist schon richtig krass, oder? Wahlglas, Alter Hey, present Ist dir noch ein drittes Match Eigentlich ist ja immer so Ne? Oder sagst du, ist halt schon over jetzt Fühlst du dich geschämt? Ist eigentlich schon over Schon over, ja Ich fühl mich schon sehr beschämt, Marder Huhu, an den Play Rough gehen wir hier Huhu Plus 2 gekommen Ja, plus 2 geht auch alles Ne, Clorak hätte auch plus 2 geklappt Ich glaube schon Es ist ein mega absurdes Step Ja, es ist schon stark Ich sag dir Unterschätzt das nicht Aber egal, Leute Schau mal Tio vorbei Dort haben wir auch einen Kampf aufgenommen Wir werden Kompteren sehr gerne gesehen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal